Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde und liebe Community. Nach einer kleinen Auszeit mit meiner Familie melde ich mich jetzt zurück mit einem schönen Rabattangebot für den Valentinsmonat Februar. 40% Rabatt auf das große Liebeshoroskop als PDF. Das Angebot gilt vom 3. bis 28. Februar und der Gutscheincode ist ganz einfach Liebe. Ja, während wir jetzt noch im Lockdown sind, ist es ja besonders wichtig, dass wir unsere Beziehungen pflegen, so gut es nur geht. Und über den Charakter und die Potenziale eurer Partnerschaft oder auch einer wichtigen Freundschaft könnt ihr ganz viel in meinem schriftlichen Liebeshoroskop nachlesen und erfahren. Dabei wird aus den Horoskopdaten der Beziehungspartner ein neues Horoskop kreiert. Und das erzählt euch, welche Entwicklungschancen und Herausforderungen in eurer Beziehung schlummern. Das Liebeshoroskop könnt ihr jetzt zu einem super günstigen Sonderpreis kennenlernen, nämlich mit 40% Rabatt. Gutscheincode ist Liebe, alles kleingeschrieben. Den Link zum Bestellen findet ihr in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt Freude daran, mehr über den Charakter eurer wichtigsten Beziehung zu erfahren. Wir sehen uns wieder im Livestream am 10. Februar anlässlich des Neumonds im Wassermann. Bis dahin lasst euch vom rückläufigen Merkur nicht verrückt machen. Bei mir hat er sogar eine positive Auswirkung gehabt. Darüber und über den neuen Mondzyklus werden wir uns dann im Livestream austauschen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin habt eine gute Zeit mit viel Liebe und Zärtlichkeit. Alles Gute mit den Sternen.